Hey, ich bin Nensplay und ich begrüße euch zur ersten Folge von OMSI 2 Wien Add-On, um genau zu sein, das ist Wien Add-On 2. Und ja, heute fahren wir mit einem etwas neueren Bus, einem Mercedes-Benz Citaro C2 mit Baujahr 2017. Der ist inkludiert im Hamburger Bus-Set-On, hat vier Türen, ist ein Gelenkbus und mit dem werden wir heute und vielleicht auch in der nächsten Folge, kommt darauf an wie schnell wir sind, bis zum Karganer Platz fahren. Ja, und ich würde sagen, wir wählen uns schon mal unseren Fahrplan aus, sonst wird es hier ganz schön eng. So, Fahrplan haben wir, wir haben noch 0,1 Minuten. Wie immer gilt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und teilt auch gerne das Video mit euren Freunden. Und schreibt mir auch natürlich in die Kommentare, ob ihr neue Folgen sehen wollt. Das Video heute ist nicht sehr aufwendig, da ich gerade an einem sehr großen Projekt arbeite und die Woche noch ein bisschen stressig war mit dem Schulbeginn, ein bisschen koordinieren und so. Und jetzt habe ich mich dazu entschieden, eine entspannte Route in OMSI zu fahren. Ja, ich hätte gesagt, wir senken einmal den Bus, machen das. Jetzt sind die Türen zumindest offen, beschildert ist auch, Karganer Platz, da fahren wir hin, da ist auch die U1. Licht müssen wir anmachen, das müssen wir auch anmachen. Alle sind drinnen, da machen wir die Türen zu. Und dabei hätte ich mal gesagt, fangen wir uns ein bisschen noch schnell den Innenraum an. Also ihr seht es hier, ist der Mode, also wenn ihr euch das ja doch noch nicht gekauft habt, kann ich es euch sehr empfehlen. Das ist echt schön ausmodelliert und so und die Sounds sind echt spitze. Aber ja, fahren wir mal weg. Also kurz zur Karte, das ist die Karte Wien 2, Linie 23A. Und ja, der Karte 2006, das ist die Routenführung von Hausfeldstraße bis Karganer Platz. Da gibt es auch noch eine bis Kargan, aber da sind zwei Stationen mehr und dafür noch viele Menge, viel mehr Bugs. Der KI, gerade beim Zentrum Karganer, da können wir uns das ruhig ersparen und fahren eher nur die zwei Stationen kürzere. Wir müssen sowieso durch die Städte durchfahren und das kann Zeitdau kosten und ist auch sehr anstrengend. Vor allem mit dieser KI. Aber ja, unsere nächste Station ist Hasibetter Straße, wie ich das richtig sehe, genau. Und da nehmen wir auch die nächsten Leute mit. Kurz nochmal, die Busse, warum auch immer, funktionieren hier nicht ganz mit diesem Add-on. Also man hat halt keine Ansagen. Aber wir können ja gerne auch mal zurück mit den mitgelieferten Bussen fahren. Sonst kann ich euch noch sagen, dass die Linie 23A schon sehr lange nicht mehr gibt. Ich glaube seit zehn Jahren oder so. Eher sogar noch mehr. Und ja, also das war damals die Verbindungsstrecke von der S-Bahn-Station zu U-Bahn-Station in Kargan. Damals war die U1, also 2000, perfekt. Ich habe die Unfälle deaktiviert, dass wir uns hier ein bisschen Chaos ersparen. Damals war, also bis 2005 ist die U1 nur bis Kargan gefahren. Zentrum Karganer hieß damals noch die Station. Und dann wurde es halt nach Leopoldau verlängert. Und somit wurde auch die Station Karganer Platz hinzugefügt. Und die Linie 23A nur noch mehr kurz geführt. Also kurz geführt zwei Stationen oder drei Stationen. Na vier sogar. Weniger. Also ist jetzt kein großer Unterschied. Ja. Sonst über den Bus könnte ich noch sagen, dass er meiner Meinung nach sehr ähnlich dem, den echten Bussen in Wien ist. Also mit den Außenschwenktüren und so hat er auch teilweise. Ich meine, es ist ein Bus für die Hochbahn. Deshalb ist er natürlich ein bisschen anders. Aber gerade durch dieses Repaint, was ich installiert habe, sieht er schon sehr realistisch aus nach Wien. So, Zangengasse. Bitte alles ansteigen. Schönen guten Abend noch zurück, da ja. So. Wir haben derzeit eine Verspätung von 2,3 Minuten, was sehr hoch ist auf der Linie. Also die Linie verkehrt normalerweise im 5-Minuten-Takt. Wenn da schon die Hälfte Verspätung ist, ist das echt nicht gut. Das Blöde ist, hier sind noch die 30er-Zonen. Und da darf man halt nicht so schnell fahren. Ich mache mich mal ein bisschen kleiner. Weil ich glaube, ich bin da ein bisschen zu fett. So, und nächste Station, Prinzgasse. Ich habe übrigens auch die Wien 1-Karte, also die Linie 24a. Die gibt es auch heutzutage noch. Die können wir gerne auch mal mit Solo-Bussen fahren. Wenn ihr darauf Lust habt, wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare. Oder zeigt es mir mit einer positiven Bewertung. Ist auch möglich. Und falls ihr natürlich auch neu auf dem Kanal seid, könnt ihr auch gerne diesen Kanal abonnieren. Würde mich sehr freuen. Und auch sehr unterstützen. Und ja, danke für jeden, der meinen Kanal abonniert hat. So, nächste Station, das kann man wieder nicht lesen. Koletschka-Gasse. Kenne ich sogar noch. Das Lustige ist, ich wohne hier in der Nähe von der ganzen Linie. Deshalb fahre ich die sehr gerne. Und weil sie mit Gelenkbussen betrieben wird. Das sind immer die geilsten Linien, meiner Meinung nach. Ach, Gelenkbussen sind einfach Maschala. So, da. Kurz, falls ihr das noch nicht lesen könnt. Es ist 18.12 Uhr gerade. Und wir haben zwei Minuten Verspätung. Und ich glaube, es dreht gerade wieder das ein, was ich befürchtet habe. Ich habe einen KI-Fehler. Da müssen wir einfach kurz die Zeit aktualisieren, dass die KI neu lädt. Perfekt. Ich bin da aber auch wunderschön reingefahren in die Kurve. Genau, und jetzt fahren wir da vorne wieder weiter. Das ist... Ich weiß nicht, wie solche Fehler entstehen können. Aber ja. Jetzt geht es auch langsam weiter. So, was kostet halt auf der Linie auch sehr viel Zeit. Auf der Linie 84er gibt es das gar nicht so. Also da ist es... Ich glaube, einmal war das, dass das ein KI-Auto nicht weitergefahren ist. Aber im Normalfall... Ich meine, da gibt es auch viel weniger KI. Da ist natürlich die Chance viel geringer, dass so ein Fehler auftritt. So, da. Jetzt haben wir eine scharfe Rechtskurve zur Station. Weil ich das nicht lesen kann. Ladiolenweg. Und gut, da kommt gerade keiner. Da kann man wunderschön rüberschneiden. Oder auch zu viel. Perfekt. Immer ganz ausfahren, die Station sehr wichtig. Auch für den Autoverkehr. Dass die da weiterfahren können. Wir müssen schauen, dass wir die Verspätung aufholen. Wir haben gerade saftig auf drei Minuten die Verspätung erhöht. Oh, da ist noch ein Zielpunkt. Das Geschäft gibt es aber auch schon ewig nicht mehr. War damals hier im 22. Bezirk ganz schön verbreitet. Und dann ist er pleite gegangen. So, nächste Station. Muraygasse. Wir kommen jetzt schon langsam zu den Blumengärten hier Stetten. Also da sind sie eh schon. Aber das hier ist noch eine Station früher. Oh, das war knapp. Das habe ich nicht gescheit abgeschätzt. Aber so eine Notbremse gehört eh immer dazu. Zum Alltag. Oh, grüß dir. Hauptsache man drückt dann erst den Halterknopf in der Station. Das kenne ich so gut. Und dann beschweren sich die Leute, dass der Bus durchfährt. Das kenne ich. So, Türen zu. Und wir können weiterfahren. Kommt uns die Gegenrichtung. Gegen der Hubmann natürlich. Ist ja normal, ne? Und jetzt sind wir bei den Blumengärten hier Stetten. Beim Eingang. Da links von uns fährt auch mittlerweile die S-Bahn. Oder fährt da eh schon. Das ist die sogar, die was über Stadtlau fährt. Ey, Stadtlau über die Hausfeldstraße. Fährt da, wo wir wegfahren sind. Die fährt da, hier Stetten und dann Hauptbahnhof. Stadtlau und so. Manchmal muss man auch ein bisschen schneller beschleunigen. Und ich finde, das hört man so gut hier. Das hier. Das klingt so hart nach den Wiener Linienbussen. Es ist, glaube ich, sogar eh dasselbe Typ. Nur die Türen und so. Die Innenausstattung ist ein bisschen anders. In Deutschland... Oh, mit einem 60er sollten wir aber auch nicht durchbredeln. In Deutschland, in Hamburg, gibt es sogar WLAN in den Bussen. Das finde ich sehr schön. In Wien gibt es ein Public-WLAN, was alle 10 Minuten die Connection verliert. So, hier steht ein Ort. Da staut sich's immer. Obwohl jetzt ist damit staut sich's gar nicht mehr so. Ah, nicht so Ding genau. Wir wollen hier keinen Unfall. So, da steigen viele ein. Können wir absenken. Wie sieht's aus? Ja, das verteilt sich wunderbar. Ich fühl's, wie die Tür einfach zugeht. Hab ich auch noch nicht gesehen. So, können wir links fahren? Lasst uns der Kollege hier fahren? Ja, der lasst uns. Ein kompletter Ehrenbruder. Er fällt auf, wir haben noch alt. Wir haben ein bisschen aufgeholt, glaube ich. Ja, so 30 Sekunden. Circa. Junge, da ist ja gar nix los. Wie ich da hingefahren bin, noch off-screen, war da einfach der komplette Stau. Und jetzt haben wir sogar eine grüne Welle. Das muss ich ausnutzen hier. Ah, das ist knapp, genau. Wundert euch nicht über die Lags. Das kommt... Perfekt, das war zu schnell. Das kommt nicht von meinem PC oder von OBS. Das kommt von Omsi. Der lädt einfach immer die Karte. Sobald du in einen neuen Bereich fährst, lädt er halt die Karte neu. Also den Teil, in den du reinfährst. Und löscht den Teil vom alten. Damit die Performance halt gut ist. Und ich hab das versucht auszustellen, aber es funktioniert nicht ganz bei mir. Ja, er erwischt sie. Aber die geht viel schneller zu, wenn ich die Türfreigarbeit rausgebe. Interessant. Ah, oh, jetzt haben wir gut Verspätung aufgeholt. Eine halbe Minute nochmal Ding. Wir sind jetzt, glaube ich, nur noch mehr zwei Minuten verspätet. rogue topuu. Auf dahin. Ja. Ja. Und ja. Ja. Das war's für heute. Und zwei Minuten Verspätung, aber auch schon beim Wegfahren, also. Ah, die Kurve ist immer so blöd, hab ich den Bordstern mitgenommen. So da, das ist meine Lieblingsgruppe, die geht so steil hoch und dann gleich links. Und dann noch ein bisschen auf die Spur wechseln, so geil. Dann flitzen wir schnell nach Perkan, damit wir... Ja, wir haben ziemlich 20 Minuten Fahrzeit. Muss ich in kleinen Zeitrafen einfach, aber das geht nicht. So da, grüne Welle ist meine Welle. So. So. Perfekt, der Pett ist der letzte Kollege weg. Der nächste 1 und 3, ja. So. 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 Dann. Absenken. Wieder absenken. So. So. Damit ihr alle aussteigen. Und während ihr aussteigen, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gerne positive Bewertungen zeigte, dass ihr richtig Lust auf Omsi habt, dann gibt ihr in Zukunft doch mehr Videos. Und bis zum nächsten Mal, also bis Montag 18 Uhr. Äh, 20.15. Entschuldigung. Montag 20.15. Ja. Wiederschauen und reingehauen. Bis zum nächsten Mal.